In Pöhla erstrahlt ein das Ortsbild prägendes Gebäude in neuem Glanz. Durch umfangreiche Umbau und die Rekonstruktionsarbeiten ist das ehemalige Rathaus des heutigen Schwarzenberger Ortsteils zu einem echten Kleinod geworden. Das Objekt befindet sich in Eigentum der Stadt. Für Donnerstagabend hatte Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer anlässlich des Bauabschlusses zu einer Übergabefeier eingeladen. Dazu sagte sie unter anderem Das Schwierigste für uns war das Thema Brandschutz und besonders interessant war das Thema Denkmalschutz. Immer wieder wurden wir begleitet von Dr. Lorenz von Landesamt für Denkmalpflege. Viele historische Befunde wurden wieder sichtvoll gemacht. Sie sehen diese im Bereich der Wände hier im Saal und auch vom Treppenhausen. Hier ist also nichts vergessen worden, sondern was Sie hier sehen, sind die besonderen Befunde. Wir werden das auch entsprechend noch beschriften. Das ursprünglich als Hammerherrenhaus und zuletzt als Rathaus dienende Gebäude wurde denkmalgerecht saniert. Landrat Frank Vogel, der bei der Übergabefeier in Pöhler zu Gast war, freute sich über die gelungene Umgestaltung zu einem öffentlichen Mehrzweckgebäude. Ein Haus kann nur erhalten werden, wenn ich Leben hineinbringe, wenn ich Menschen hineinbringe, die dieses Haus auch achten und lehren und die es auch entsprechend pflegen und dort auch entsprechend nutzen. Das Gebäude bleibt ein zentraler Anlaufpunkt. Im Haus, das auch einen Fahrstuhl bekam, sind nach dem Umbau das Büro der Ortsvorsteherin, ein Mehrzweckraum zur Nutzung durch Vereine und den Ortschaftsrat entstanden. Eingemietet sind ein Arzt, eine Zahnärztin sowie eine Physiotherapie.